2, 1, los! Heb ab wie Sky! Bewege Sky mit dem linken Stick nach links oder rechts. Denk dran, dem Pfad zu folgen, den Luftballons auszuweichen und so viele Leckerlis wie möglich zu sammeln. Turbo Drücke die Taste, wenn der Ladebalken die Ausführung eines Turbos ermöglicht. Denk dran, unterwegs findest du Päckchen, die deinen Turbo aufladen. Geld wird in permettre den 5.0 bis 5.0 bis 3.0 bis 4.0 bis 10.0. 5.0 bis 10.0 bis 300. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Einsatz erfolgreich abgeschlossen Super! Versuche so viele Fellfreunde Leckerlis wie möglich zu bekommen! Untertitelung des ZDF, 2020 Pfoten stark! Du hast das erste Abzeichen gefunden! Untertitelung des ZDF, 2020 Klettere die Wand hinauf! Bewege Chase mit dem linken Stick an der Wand hinauf! Gut gemacht! Setze die Suche nach Jake fort! Lauf weiter! Für diesen Einsatz brauchen wir Everest! Für diesen Einsatz brauchen wir Everest! Für diesen Einsatz brauchen wir Everest! Gut gemacht! Schweren Sie das! Gut gemacht! Bei mir auf! Schweren Sie mit dem Weg! Für den Einsatz brauchen wir Chase. Du brauchst die Seilrutsche von Chase, um die Schlucht zu überqueren. Seilrutsche! Bewege dich mit dem linken Stick in die richtige Position und drücke die Taste, um einen Saugnapf für die Seilrutsche auszuwerfen. Denk! Bravo! Everest! Was ist los? Oh nein! Eine Lawine! Nutze die Supergeschwindigkeit von... Superchase-Rennen! Bewege Chase mit dem linken Stick nach links oder rechts, um Hindernissen auszuweichen. Fantastisch! Toll machst du das! Das war potenstark! Lauf weiter! Jake zählt auf dich! Für diesen Einsatz brauchen wir Chase! Bewege Chase! Was ist der Einsatz? Was ist der Einsatz? Warum? Was ist das? Es ist der Einsatzspiel. Geben. Vermeence. Verstehen. Geben. Abrehen. Geben. Oh nein, die Straße ist versperrt. Räume sie frei, um Jake zu retten. Nutze deine Superhundekräfte. Die Superhunde legen los. Wow, du hast fast alle Fehlfreunde, Leckerlis. Die Superhunde, Leckerlis. Die Superhunde, Leckerlis. Hilf Sky, den Nebel für Marshall mit ihrer Wirbelwindkraft zu beseitigen. Superwirbelwind. Bewege den linken Stick in einer kreisenden Bewegung, um den Wirbelwind aufzuladen. Toll, jetzt kann Marshall mit seiner Superhitze den Weg freimachen. Superhitze. Halte die Taste gedrückt, um den Balken aufzuladen. Los geht's. Noch eine Schlucht. Chase weiß, was zu tun ist. Gut gemacht. Everest. Everest. Für diesen Einsatz brauchen wir Everest. bis zum Schluss. Und zum Schluss. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Aber ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Hervorragend! Du hast alle Abzeichen gefunden! Herzlichen Glückwunsch! Du hast alle Leckerlis erhalten! Everest! Toll! Du hast Jake gefunden! Klettere! Everest ist an der Reihe! Klettere mit ihrem Wurfhaken die Felswand! Klettere die Wand hinauf! Drücke die Taste, um den Wurfhaken auszuwerfen, damit Everest die Wand hochklettern kann! Klettere mit dem Wurfhaken die Wand hochklettern kann! Foten stark! Jetzt ist Marshall an der Reihe! Verwende seinen Röntgenbildschirm, um zu sehen, wo... Röntgenbildschirm! Verwende den Stick, um herauszufinden, wo er verletzt ist! Drücke die Aufwärtstaste, wenn du die zu behandelnde Stelle gefunden hast! Bink! 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 Gut gemacht. Jake ist in Sicherheit. Bringen wir ihn nach Hause. Einsatz erfolgreich abgeschlossen. Jake ist gesund und munter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017